Und da sind wir wieder, hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 638. Ausgabe. Ich freue mich wieder, dass ihr mit dabei seid und hier habe ich jetzt mich richtig ausgeleert, meinen Geldbeutel. Warum? Erfahrt ihr gleich. Ein wunderschönes Wochenende geht zu Ende. Ich hoffe, es war überall so ein grandioses Wetter, wie wir es in Hamburg hatten. Denn die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die über den gesamten Globus verstreut wohnen, wohnen hier vielleicht manchmal auch in Gegenden, wo das Wetter mal anders ist als in Hamburg. Aber auf jeden Fall ein Wochenende, was sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben wird, denn es gab sowohl Licht als auch Schatten jenseits des Wetters. Fangen wir mit dem Licht an. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal her ist, dass ihr mit eurer Liebsten oder eurem Liebsten unterwegs gewesen seid, in einer lauen Sommernacht nach Hause kommt, nach oben schaut und einfach sagt, wow, ist das ein fantastischer Sternenhimmel. Und euch dann spontan hingesetzt habt oder hingelegt habt und einfach stundenlang in den Himmel geguckt habt, geträumt habt. Das klappt leider nicht immer, denn zum einen muss es abends warm sein, zweitens wolkenfrei und drittens darf man nicht in der Nähe einer Großstadt sein. Das war ich auch am Wochenende, am Freitagabend zumindest nicht und auf dem Land, wo es weniger Strahlen, Lichtquellen gibt, weil die Lichter der Großstadt, die werden ja von Mikropartikeln in der Luft reflektiert und dadurch leuchtet der Himmel immer so ein bisschen und man sieht die vielen tausend kleinen Sterne nicht, sondern nur noch die großen und das ist ein echtes Problem. Viele sagen, es ist optische Umweltverschmutzung, aber auf dem platten Land, da wo es sonst eher gemütlich und langweilig ist, hat man aber den Vorteil, dass man einen sehr, sehr schönen Sternenhimmel sehen kann und das sind die kleinen Momente des Lebens, die man ab und zu mal wieder genießen sollte. Also wenn nächstes Wochenende mal eine laue Sommernacht sein sollte, dann geht einfach mal raus aus der Stadt, weit vor die Tore der Stadt, legt euch einfach irgendwo hin und guckt zusammen die Sterne an. Es macht irre Spaß und es ist viele Jahre her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe. Was macht man sonst noch? Natürlich an so heißen Wettertagen, man geht baden. Wir wollen jetzt auch zweimal baden am Wochenende, einmal im Kiesteich, da hat man so in der Nähe von Hamburg gibt es Norderstedt und da gibt es einen Kiesteich und da hat man auch so immer seine Bucht für sich alleine und heute, weil es so weit war, einmal im Schwimmbad, in so einem herrlichen, geklorten, künstlichen Becken, wo man übrigens 6 Euro Eintritt bezahlt, für die Hamburger, die es kennen. Wir hatten heute echt nur eine Stunde Zeit und wollten eine Stunde lang baden. Das Schwimmbad ist bei mir fast direkt vor der Haustür, ich laufe da 5 Minuten maximal hin und wir wollten da eine Stunde bloß kurz rein. Es hat 6 Euro pro Person gekostet, das heißt, wir waren 12 Euro los, um uns eine Stunde zu sonnen, zu baden und aber auch, um erschreckende Sachen anzuschauen. Viele kennen das Problem ja aus den Medien, die schon seit geraumer Zeit sagen, wir Deutschen, wir sind zu dick, wir tun uns keinen Gefallen, wir belasten unsere Kreisläufe, indem wir viele, viele überflüssige Pfunde mit uns herumschleppen und wenn die Leute dick sind, mein Gott, stimmt, das ist eigentlich deren eigene Sache. Was mich allerdings erstaunt hat, dass so viele fette Kinder dabei sind. Ihr kennt vielleicht noch die dicken Kinder von Landau, diese Verarschung von Harald Schmidt. Ehrlich gesagt war es mir heute gar nicht so zum Lachen, denn ich habe nicht 1, nicht 10, ich habe bestimmt 50 Kinder gesehen im Schwimmbad, die nicht nur übergewichtig waren, sondern die, um es mal drastisch zu sagen, klatschend fett waren. Man kann zwar Kinder im Alter schlecht schätzen, aber da waren sicher welche dabei, die waren noch keine 10 Jahre alt, ja, die saßen auf ihrer Decke und neben uns waren da so ein paar Jungs, die da auch ziemlich laut gemacht haben, die hatten richtige Fetttitten, ja. Ein ganz, ganz junger Mensch, der so unglaublich fett ist, dass die Haut oder die Fettpolster als Titten ausgebildet runterhängen und dicke, schwabbelige Bäuche von den Hüften, mal ganz abgesehen, ganz verheerende Figuren. Und ich kann die Eltern nicht so richtig verstehen, die dieser offensichtlichen Fehlernährung oder auch falschen Lebensweise wie zu wenig Sport nicht einen deutlichen Riegel vorschieben. Sie tun ihren Kindern damit ganz sicher keinen Gefallen, mal vom ästhetischen Problem für die Umliegenden abgesehen, weil man guckt da ja nicht hin, wenn es einen stört, kann man genau so sagen, ist auch völlig richtig, aber mir haben die Kinder wirklich in der Seele leidgetan, die ihrer Fettlethargie da so überlassen werden, weil die Eltern da wohl offensichtlich nicht einschreiten und der Sache vielleicht sogar noch Vorschub leisten, so nach dem Motto, es muss aufgegessen werden oder es wird halt sehr, sehr fettreiche Kost zubereitet und dann darf natürlich nichts übrig bleiben und, und, und. Oder da wird Eis, Coca-Cola oder auch jede andere Cola, die mit Zucker ist, verabreicht in rauen Mengen. Pommes am besten rot, weiß noch dazu. Leute, tut's der Kinder wegen, um ihnen später schwere Krankheiten zu ersparen. Ja, kann ich dann nur sagen. Schade, die Eltern waren heute nicht dabei. Ich war echt am Überlegen, müsste man solche Leute mal ansprechen oder nicht, oder geht's einem doch nichts an, aber wenn Kinder die Leidtragenden sind, dann, denke ich, sollten alle Erwachsenen ihr Schärflein dazu beitragen, dass es nicht so weitergehen kann. Das war's für heute. Ich hab jetzt hier gerade die letzten Kröten wieder aus meinem Geldbeutel, das war diesmal eine ganze Menge, ins Glas getan, denn ich brauche im Moment keine Euro-Münzen im Geldbeutel, denn morgen geht es für eine Woche ins norwegische Oslo. So, da mache ich eine Woche Urlaub, mal wieder mit meiner Mutter zusammen, die hat Blut geleckt, glaube ich, als wir zusammen in Rom waren. Jetzt will sie ständig fliegen und fragt mich, jetzt haben wir uns für Oslo entschieden. Da geht's hin, da brauchen wir dann nur noch norwegische Kronen. Einen Schein davon habe ich schon mal getauscht, aber definitiv brauche ich keine Euro-Münzen und ich werde natürlich, wenn es die Technik hergibt, wenn unser Hotel wirklich WLAN hat, so wie es eigentlich im Internet aussieht, euch auch jeden Abend aus Oslo einen Nachtzug nach Hamburg machen. Ja, das war's endgültig für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich hoffe, ich kriege zahlreiche Kommentare und E-Mails. Euer Raiko